Das ältere Ehepaar Wendy und Randall Björk lebte ein glückliches Leben in der kleinen Stadt Lawrenceville, in der Nähe von Atlanta. Sie genossen ihren Ruhestand, jedenfalls bis zum Jahr 2016, denn da zog ihre 16-jährige Enkelin Cassandra bei ihnen ein. Die Teenagerin hatte ein paar Schwierigkeiten, Verhaltensprobleme. Wendy und Randall sahen es als Aufgabe, ihrer Tochter bei der Erziehung zu helfen, und alle einigten sich darauf, dass Cassandra bei ihren Großeltern einzieht. Dass es das Beste für das Mädchen wäre, und damit begannen all ihre Probleme. In den folgenden Monaten kam es immer wieder zu Streitereien im Haus. Cassandra wollte sich nichts sagen lassen, sie machte einfach, was sie wollte. Und dann, im April 2017, konnte plötzlich niemand mehr Wendy und Randall erreichen. Sie öffneten nicht die Tür und gingen auch nicht ans Telefon. Erst nach einer Woche ohne ein Lebenszeichen der beiden, fand die Polizei sie tot in ihrem Haus. Sie wurden erstochen. Seltsamerweise wurde Cassandra wegen einer anderen Gewalttat ein paar Stunden zuvor festgenommen. Hatte sie etwa auch etwas mit dem Tod ihrer Großeltern zu tun? Und damit begrüße ich euch mal wieder zu einem neuen Video. Leute, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, und ich hoffe, es geht euch allen gut. Vor einiger Zeit hatte ich ein Video auf meinem Kanal, wo eine Oma ihren Enkel umgebracht hat. Als ich zu diesem Fall recherchiert habe, bin ich auf den heutigen Fall gestoßen und dachte mir, das ist auch was für ein Video. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt auch mal direkt rein in den Fall von Cassandra Björk. Cassandra, die von allen nur Cassie genannt wird, wurde im Jahr 2000 im US-Bundesstaat Georgia geboren. Und dort wuchs sie bei ihrer Mutter Amanda und ihrem Stiefvater auf. Viel ist von ihrer Kindheit leider nicht bekannt. Es lief wohl alles ziemlich normal. Cassandra ging in den Kindergarten und später dann zur Schule. Die Probleme fingen an, als sie sich zum Teenager entwickelte. Es fing damit an, dass sie die Schule schwänzte, was ja wahrscheinlich jeder von uns mal gemacht hat. Aber es hörte nicht auf. Sie wurde dann auch frech zu ihren Eltern. Es ging so weit, dass sie sich gar nichts mehr sagen ließ. Sie tanzte ihrer Mutter praktisch auf der Nase herum. Sie vernachlässigte die Schule, kam nach Hause, wann sie wollte und ging, wann sie wollte. Sie fing an, Alkohol zu trinken und Gras zu rauchen. Als dann irgendwann eine Anzeige wegen Ladendiebstahls ins Haus flatterte, reichte es ihrer Mutter Amanda. Sie musste feststellen, dass sie komplett überfordert war. Sie kam gar nicht mehr an ihre Tochter heran. Und ja, sie war der Meinung, sie musste jetzt endlich etwas unternehmen, damit Cassandra nicht ganz auf die schiefe Bahn gerät. So konnte es jedenfalls nicht weitergehen. Amanda sprach mit ihren Eltern Wendy und Randall, Cassandras Großeltern. Als die beiden erfuhren, was los war, boten sie sofort ihre Hilfe an. Wendy und Randall leben in Lawrenceville. Eine Stadt mit rund 30.800 Einwohnern in der Nähe von Atlanta. Eine schöne Stadt, um Kinder großzuziehen. Ruhig, mit einer niedrigen Kriminalitätsrate. Das ältere Ehepaar war beliebt in der Nachbarschaft. Sie waren ruhig, liebten Gartenarbeit und man konnte sich immer gut mit ihnen unterhalten, sagen die Nachbarn. Sie waren schon seit Jahrzehnten verheiratet und genossen jetzt ihren Ruhestand in Lawrenceville. Als die beiden im Jahr 2015 hörten, was mit ihrer Enkelin los war, machten sie sich große Sorgen und sie wollten unbedingt helfen. Wendy und Randall beantragten im Oktober 2015 das Sorgerecht für Cassandra. Sie hatten das ausgiebig mit ihrer Tochter besprochen und alle waren sich einig, dass es wohl eine gute Lösung sei, wenn Cassandra bei ihren Großeltern leben würde. Sie hatten die Hoffnung, dass sich dann etwas ändert, dass Cassandra sich ändert. Im Jahr 2016 wurde den beiden dann auch schließlich das Sorgerecht zugesprochen. Und für Cassandra hieß es Koffer packen, ob sie wollte oder nicht. Natürlich wollte sie nicht, sie wollte in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, bei ihren Freunden und alles, aber sie musste jetzt zu ihren Großeltern ziehen. Zu dem Zeitpunkt ihres Umzugs waren alle noch guter Hoffnung, dass sich etwas ändern würde. Was zu dem Zeitpunkt noch niemand wusste, es würde sich gar nichts ändern. Cassandra würde genauso weitermachen wie vorher auch. Es würde sogar in den nächsten Monaten noch alles viel, viel schlimmer werden. Cassandra machte also genauso weiter wie vorher. Sie stritt heftig mit ihren Großeltern, sie ging nicht mehr zur Schule, sie trank Alkohol und nahm illegale Substanzen zu sich. In den nächsten Wochen lief sie dann sogar zweimal von zu Hause weg, also von ihren Großeltern. Und es wurde auch polizeilich nach ihr gesucht, aber sie kam letztendlich dann doch immer wieder von alleine zurück. Ihre Großeltern versuchten immer Verständnis für Cassandra aufzubringen, für ihr Verhalten, aber es wurde immer schwieriger mit der Zeit. Die beiden wussten, dass sich Cassandra mit den falschen Leuten umgab. Sie versuchten in Ruhe mit ihr zu reden, aber Cassandra machte weiter, was sie wollte. Sie machte keine Anstalten, ihren Lebensstil zu ändern. Ihre Großeltern blieben trotz allem immer ruhig. Sie dachten, Cassandra braucht vielleicht so ein bisschen Zeit, um sich an die grundlegenden Regeln im Haus zu gewöhnen. Cassandra sollte einfach nur zur Schule gehen, ihre Hausaufgaben machen, keinen Alkohol trinken und keine illegalen Substanzen nehmen. Aber wie ihr euch schon denken könnt, Cassandra hielt sich an nichts davon. Von 2016 bis 2017 gab es 31 Anrufe bei der Polizei vom Haus ihrer Großeltern. Neun dieser Anrufe wurden von Nachbarn getätigt, die oft Schreierei und Geschlag hörten bei ihren sonst so friedvollen Nachbarn. Die anderen Anrufe kamen von Randall und Wendy, wenn Cassandra mal wieder weggelaufen war oder wegen häuslicher Gewalt. Denn Cassandra hatte ihre Großeltern auch des Öfteren attackiert und geschlagen. Im Winter 2016 gab es mal wieder einen Streit zwischen Cassandra und Wendy, weil sie im Haus geraucht hatte. Cassandra nahm daraufhin ein volles Glas Wasser und warf es nach ihrer Oma. Sie verfehlte nur knapp ihren Kopf. Cassandra hatte nun einen regelrechten Hass auf ihre Großeltern entwickelt. Und dann im Jahr 2017 fasste Cassandra den Entschluss, dass ihre Großeltern sterben müssen. Am 1. April 2017 stand Cassandra mit ihrem 19-jährigen Freund Johnny Ryder vor dem Haus ihrer Großeltern. Zuvor war sie mal wieder ein paar Tage verschwunden. Ihre Großmutter hatte an diesem 1. April noch einen Post bei Facebook erstellt, das nach Cassandra gesucht wird. Einer schrieb als Kommentar, nicht schon wieder. Es war auf jeden Fall 23.18 Uhr, als sie und ihr Freund vor dem Haus standen. Sie warteten, dass Wendy und Randall die Lichter ausmachten und schlafen gingen. Und dann schlichen sie sich ins Haus hinein. Wendy und Randall waren aber noch nicht am Schlafen. Johnny schnappte sich Wendy und schlug mit einem Reifeneisen einen Hammer und einem Baseballschläger auf die 63-Jährige ein. Cassandra spürte dann so etwas wie einen Energieschub. Sie begann, ihre Oma ins Schlafzimmer zu ziehen. Sie machte ihr Klebeband auf den Mund, während Johnny auf Randall einschlug. Als dieser bewusstlos war, schnitten sie beiden die Kehle durch. Cassandras Großeltern waren tot. Sie lagen im ersten Obergeschoss des Hauses. Cassandra und Johnny machten sich dann an die Arbeit, die Fenster und Türen so abzudichten, dass keine Luft mehr nach draußen gelang. Sie wussten ja, dass es nicht lange dauern würde, bis man es riechen würde. Verwesungsgestank. Die beiden gingen dann nach unten und sie blieben sogar mehrere Tage lang noch in dem Haus. Sie luden Freunde ein, um mit ihnen zu feiern und illegale Substanzen zu nehmen. Die Freunde hatten natürlich alle keine Ahnung, dass sich die leblosen Körper von Cassandras Großeltern im Haus befinden. Cassandra schrieb dann sogar ihrer Mutter noch eine SMS, wo sie vorgab, Wendy zu sein. Sie schrieb, dass alles in Ordnung sei und dass es ihr gut ginge. Amanda machte sich dann nach einigen Tagen aber doch langsam Gedanken, denn niemand ging ans Telefon, weder Wendy noch Randall. Sie hatte schon mehrfach versucht, ihre Eltern zu erreichen. Am 6. April kontaktierte sie dann schließlich die Polizei von Lawrenceville. Sie wollte, dass Polizeibeamte eine Sozialkontrolle durchführen. Sie erklärte kurz die Situation und dann machten sich auch zwei Polizisten auf den Weg zum Haus von Wendy und Randall. Die beiden klopften und klingelten, aber niemand öffnete, keine Reaktion aus dem Inneren des Hauses. Sie hatten zu dem Zeitpunkt nicht die Befugnis, das Haus einfach zu öffnen und hineinzugehen. Also mussten sie erstmal wieder fahren. Die Situation sollte sich dann aber am kommenden Samstag ändern. Cassandra und Johnny waren am Samstag bei seiner Mutter und seiner Schwester zu Besuch in ihrem Haus in Lawrenceville. Als seine Schwester mit ihrem Freund von einem Restaurantbesuch nach Hause kam, war ihr Zimmer durchwühlt. Mehrere Gegenstände fehlten und so kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen allen. Johnny sprühte seiner Schwester und ihrem Freund Pfefferspray in die Augen. Dann schrie er Cassandra an, sie solle einen Baseballschläger holen und das tat sie. Cassandra schlug dann damit auf Johnnys Schwester ein, auf den Rücken und auf ihren Kopf. Johnnys Schwester schaffte es aber irgendwie raus aus dem Haus und rief sofort die 911, die Notrufnummer an. Als Polizeibeamte ankamen, waren Cassandra und Johnny aber nicht mehr da. Sie sind abgehauen. Sie haben sich aus dem Staub gemacht. Johnnys Schwester und ihr Freund hatten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert und dort behandelt. Zuvor machten sie aber eine Aussage bei den Polizeibeamten vor Ort. Als sie den Namen Cassandra Bjork hörten, wurden die Polizisten hellhörig. Der Name war ihnen natürlich bekannt. Sie waren in den letzten Monaten oft genug am Haus und hatten mit ihr und ihren Großeltern gesprochen. Und dann entdeckten die Beamten auch das Auto von Wendy und Randall. Cassandra und Johnny waren damit zum Haus seiner Schwester gefahren, haben es dann aber stehen lassen und sind zu Fuß abgehauen, als die Polizei gerufen wurde. Sie machten kurz eine Halterabfrage, also die Polizeibeamten machten eine Halterabfrage, die dann auch bestätigte, dass es das Auto von Cassandras Großeltern war. Das alles, also der Angriff und der Fund des Autos war Beweis genug und die Polizei beschloss, eine weitere Sozialkontrolle bei Wendy und Randall zu machen. Als die Polizeibeamte am Haus von Wendy und Randall ankamen, klopften und klingelten sie erst wieder, aber natürlich machte niemand auf. Und so beschlossen sie, die Tür aufzubrechen. Die Polizeibeamte schauten sich zunächst im Erdgeschoss des Hauses um. Es war dreckig und unordentlich. Überall lagen Essensreste rum und Alkoholflaschen lagen auch überall verteilt herum. Als sie dann in den ersten Stock des Hauses kamen, fanden sie Wendy und Randall mit durchgeschnittener Kehle. Und ab dem Zeitpunkt galten Cassandra und Johnny als Tatverdächtige. Jetzt galt es, die beiden ausfindig zu machen. Und irgendwie schafften es die Beamte, ihren Aufenthaltsort zu finden. Ich weiß leider nicht, wie, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei vielleicht die Handys der beiden geortet hat. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Ich konnte darüber leider in den verschiedenen Quellen nichts lesen. Die Spur jedenfalls führte die Polizei zu einem Apartmentkomplex in Souvenir, etwa zehn Meilen von Lawrenceville entfernt. Cassandra und Johnny hatten sich in einer Wohnung von einem von Johnnys Freunden verbarrikadiert. Die Polizeibeamte wussten nicht, ob die beiden bewaffnet waren. Eventuell hatten sie sogar Geiseln genommen oder noch jemanden umgebracht. Die Situation war nicht einzuschätzen. Und so kam es, dass ein SWAT-Team zu dem Apartmentkomplex gerufen wurde. Nach etwa einer Stunde wurde das Gebäude mit Hilfe eines Roboters betreten und die SWAT-Beamte stürmten die Wohnung. Gegen 12.30 Uhr am Mittag, es war inzwischen Sonntag, fanden sie Cassandra und Johnny im Badezimmer der Wohnung. Sie waren beide verletzt, hatten Schnittwunden an den Armen. Die beiden waren nicht tot, aber sie waren auch nicht bei Bewusstsein. Es sah so aus, als wollten sie sich selbst das Leben nehmen. Sofort wurden Rettungssanitäter gerufen und die beiden Jugendlichen kamen ins nächste Krankenhaus. Als sie dann wieder entlassen wurden, mussten sie sich einem Verhör bei der Polizei stellen. Und wie es so oft der Fall ist, gaben sie dem jeweils anderen die Schuld. Cassandra sagte, dass es Johnny war, der ihre Großeltern ermordet hat. Und Johnny sagte wiederum, dass es Cassandra war. Doch dann gab sich Cassandra geschlagen und erzählte, was passiert war. Sie sagte, dass sie und Johnny sich diesen Plan Tage vorher ausgedacht hatten, weil sie es einfach leid war, bei ihren Großeltern zu wohnen. Sie hatte einfach keine Lust mehr auf diese ständigen Bevormundungen und dass ihr alles vorgeschrieben wurde, was sie zu tun hatte. Als sie mit ihrer Aussage praktisch schon fertig war, gestand sie den Beamten dann noch, dass es eine Liste geben würde mit Namen, wo Namen von Leuten draufstehen, die sie auch noch umbringen will. Und darunter auch der Name ihrer Mutter. Und Johnnys komplette Familie sollte auch sterben, laut der Liste. Die Polizisten waren alle ziemlich erstaunt, so etwas hatten sie noch nie erlebt. Die Stadt Lawrenceville war ja immer ein ruhiger Ort. Und jetzt waren da plötzlich zwei Jugendliche, die das Potenzial hatten, die nächsten Serienkiller zu werden. Letztendlich gestanden Cassandra und Johnny dann die Morde und beide kamen bis zu ihrem Gerichtsprozess in Untersuchungshaft. Der Gerichtsprozess zog sich von 2017 bis ins Jahr 2018 hinein. Der 17-jährigen Cassandra und dem 19-jährigen Johnny wurde Mord, schwere Körperverletzung, bewaffneter Raubüberfall und Diebstahl vorgeworfen. Der bewaffnete Raubüberfall und die Anklage wegen Körperverletzung wurden abgewiesen. Johnny musste aufgrund seines Alters mit der Todesstrafe rechnen, Cassandra nicht, da sie ja noch keine 18 Jahre alt war. Beide Teenager bekannten sich vor Gericht schuldig. Das Gericht hörte, dass die Jugendlichen Wendy und Randall Björk mit einer Eisenstange, einem Hammer, einem Baseballschläger und einem Metzgermesser getötet und dann die Türen und Fenster im Haus isoliert hatten, damit der Geruch der verwesenden Körper im Inneren des Hauses bleibt. Sie hörten von anschließenden Partys, den Überfall auf Johnnys Schwester und ihrer anschließenden Flucht. Außerdem hörte das Gericht, dass es noch eine Liste mit weiteren Namen gab, die beide umbringen wollten. Johnny Ryder bat das Gericht um Vergebung. Er beschrieb seine Taten als böse. Er sagte folgendes, Zitat, »Ich weiß, dass das, was ich getan habe, abscheulich und böse ist und dass ich das Höllenfeuer verdiene. Ich möchte mich bei der Familie Björk aufrichtig entschuldigen. Es tut mir so leid für den Schmerz und die Trauer, die ich euch allen zugefügt habe.« Cassandra Björk sagte gar nichts. Sie saß im Gerichtssaal, weinte, aber weigerte sich etwas zu sagen, als sie die Gelegenheit dazu bekam. Die Richterin sagte, dass der Fall einer der schlimmsten sei, den sie in ihrer Karriere geleitet habe. An Cassandra und Johnny Gewand sagte sie, Zitat, »Inen fehlt jeglicher Sinn für Menschlichkeit und Moral. Ich bin immer noch verblüfft, dass sie Bereiche versiegelt haben, um sicherzustellen, dass der Verwesungsgeruch nicht wahrgenommen wird. Und dass sie dann noch chinesisches Essen bestellt und Partys gefeiert haben. Viele Polizeibeamte, die an dem Fall beteiligt waren, machten auch ihre Aussagen. Und auch Tanten und Onkel von Cassandra, also Kinder von Wendy und Randall, machten Aussagen vor Gericht. Sie erklärten, dass es ein Riesenschock war, als sie erfuhren, was passiert war. Und dass sie immer noch von dem, was passiert ist, heimgesucht werden. Sylvia Björk, Amandas Schwester, sagte, sie leide seit dem Tod ihrer Eltern unter anhaltender Angst und tiefer Trauer. Chris Björk, der Sohn der beiden, spräche manchmal mit der Asche seiner Eltern, wenn sonst niemand in der Nähe sei. Zitat, »Ich bin immer noch schockiert und ungläubig, dass so etwas passiert ist. Ich habe eine Angst, die ich kaum beschreiben kann und eine Wut, die tief kocht«, sagte er ans Gericht gewandt. Amanda, also Cassandras Mutter, sagte, dass sie erst durch die Polizei erfahren hatte, dass auch sie auf dieser Liste der nächsten Opfer stand. Sie sagte, dass sie nie gedacht hätte, dass so etwas jemals passieren würde. Sie war regelrecht traumatisiert gewesen, als sie ihr erfuhr, dass ihre Tochter ihre Eltern getötet hatte. Da sich beide für schuldig bekannt haben, wurden beide im Februar 2018 zu lebenslangen Haftstrafen mit der Möglichkeit einer Bewährung nach 60 Jahren sowie zusätzlich zu 21 Jahren Haft verurteilt, die gleichzeitig mit den lebenslangen Haftstrafen verbüßt werden müssen. Die Richterin sagte bei der Urteilsverkündung, dass dieses Urteil auch zum Wohle der Öffentlichkeit sei, da die Unvorhersehbarkeit dessen, was sie tun könnten, allen Angst macht. Ja, Leute, und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Falls. Jetzt bin ich wie immer auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zu dem Urteil? Die Möglichkeit einer Bewährung nach 60 Jahren, ist das gerecht? Findet ihr das in Ordnung so? Also ich denke ehrlich gesagt schon, das ist eine gerechte Strafe. Und man weiß ja auch nicht, ob diese Bewährung nach 60 Jahren überhaupt genehmigt wird. Also ich denke eher, die kommen überhaupt nicht mehr raus, die beiden. Die werden wirklich ihr Leben lang im Knast sitzen. Aber schreibt es mir gerne hier unten in die Kommentare rein, was ihr dazu sagt. Ich bin echt gespannt. Und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dem Video noch einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüssi! 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 Tschüssi!